Herzlich Willkommen bei Laufheim TV. Wir sind hier beim Musikerball 2017 in der Heurema-Talle in Laufheim. Hier steht viel Spiel, Spaß, Musik und Tanz auf dem Programm. Viel Spaß bei den Beiträgen. Freimund, wie kommt das Ganze mit Laufheim? Der Musikverein Stadtkapelle Laubheim organisiert den Musikerball schon seit Jahrzehnten und das nach wie vor, obwohl das mittlerweile dann der einzig verbliebene Saalfas nicht ist und wir sind immer mit rund 80 ehrenamtlichen Helfern im Einsatz. Die Planungen für das Programm haben dieses Jahr schon vor Weihnachten begonnen, also wir sind da immer monatelang zumindest mit der Planung unterwegs und auch das Auf- und Abbauen hier auch eine ganze Woche. Und Frank, hat sich irgendwas geändert in den letzten Jahren? Ne, also zum Glück eher nichts. Ich glaube in Laufheim ging zu unserem Bedauern die Phase nicht eher ein Stück zurück. Umso mehr sind wir froh, dass das Laubheimer Publikum uns hier beim Musikerball wirklich die Treue hält. Wir haben regelmäßig bis zu 1000 Besucher in der Herrenmarthalle. Alle sind wirklich klasse verkleidet. Viele kommen schon um 19 Uhr. Wir möchten das Programm hier erleben und da freuen wir uns einfach. So macht es uns Spaß, so macht es den Besuchern Spaß und wir hoffen, dass wir das so noch viele, viele Jahre weiter machen können. Musik 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 Vielen Dank.